Lauf ihm nicht hinterher. Es hat einmal jemand gesagt, dass wenn ein Mann dich will, wird er dich erobern. Und das ist die absolute Wahrheit. Wenn er dich in seinem Leben haben will, dann wird er das auch tun, komme, was wolle. Du solltest nicht um diesen Platz kämpfen. Du solltest ihm nicht hinterherlaufen oder dich vor ihm hinwerfen, nur um mit ihm zu sein. Denn wenn du das tust, wird er dich als weniger wichtig sehen. Demütige dich nicht für jemanden, der dich nicht mal bemerkt. Falls du ihn fragen musst, was sind wir denn nun, oder die einzige bist, die eure Beziehung einen offiziellen Status verleihen möchte, dann meint er es wahrscheinlich nicht so ernst mit dir. Falls du fragen musst, in welche Richtung eure Beziehung geht, geht sie vermutlich nirgends hin. Und weißt du warum? Männer holen sich immer das, was sie wirklich wollen. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bist du nicht das, was er wirklich will. Viele würden argumentieren, dass sich Frauen von ihren Gefühlen leiten lassen. Doch ich würde behaupten, dass Frauen großartige Wesen sind, die alles tun können, was sie sich in den Kopf setzten. Sie können alles stehen und liegen lassen, wenn sie diese irrsinnige Liebe verspüren. Sie können lachen, obwohl sie innerlich sterben. Und sie können gehen, selbst wenn ihnen ihr Herz sagt, sie sollen bleiben. Sei eine starke Frau und laufe niemals einem Mann hinterher. Sei der Preis, dem jeder hinterher jagt, aber nur einer gewinnen kann. Wenn ein Mann deinen Wert nicht erkennt, dann ist es egal, wie sehr du mit ihm zusammen sein willst oder wie gut er auch sein mag. Bettle nicht darum, dass er dich bemerkt. Lauf ihm nicht hinterher und versuch nicht, ihm irgendetwas zu beweisen. Reiß dir kein Bein aus, nur um ihm zu zeigen, dass er dir einen Platz in seinem Leben geben soll und dass du seine Zeit und Liebe wert bist. Du wirst nur deine Zeit verschwenden und dich für etwas bemühen, das gar nicht sein soll. Stattdessen sieh ihn als ein Gebet, das nie erhört wurde, denn das Schicksal hält etwas Besseres für dich bereit. So ist es immer, wenn man nicht das bekommt, was man haben möchte. Es liegt daran, weil man so viel mehr verdient als das, wonach man fragt. Du verdienst einen Mann, in dessen Augen du die Einzige bist. Ein Mann, der dich mit tiefer Bewunderung ansieht. Ein Mann, dessen Gesicht erstrahlt, sobald du den Raum betrittst. Du verdienst einen Mann, der keiner anderen Frau hinterher sieht, da er weiß, dass er mit dir das große Los gezogen hat. Du verdienst einen Mann, der dir einen Platz in seinem Leben gibt. Ein Mann, der dich als das größte Geschenk sieht, das er je in seinem Leben bekommen konnte. Und einen Mann, der jeden Tag Gott dafür dankt, dich ihm geschickt zu haben. Du verdienst einen Mann, der dich an seiner Seite haben will, dem du nicht hinterherlaufen musst. Sondern einen Mann, der dich bereitwillig in jedem Aspekt seines Lebens willkommen heißt, weil er dich dabei haben will. Du verdienst einen Mann, der seine Zukunft mit dir geplant hat. Einen Mann, der dir zeigt, woran du bei ihm bist. Und einen Mann, der dich nie zweifeln lässt, was ihr seid. Da er danach fragen wird, eurer Beziehung einen offiziellen Status zu verleihen. Du verdienst einen Mann, der nicht nur seine Zukunft mit dir plant, sondern auch daran arbeitet. Du verdienst einen Mann, der Zeit mit dir verbringen will. Einen Mann, der dir als erster schreiben wird, der dich nicht stundenlang auf seine Antwort warten lässt. Und einen, der dich anruft, nur um deine Stimme zu hören. Du verdienst einen Mann, der Dates mit dir plant. Einen Mann, der dafür sorgt, dass er immer Zeit für dich hat, egal wie voll sein Terminplan ist. Du verdienst keinen Mann, den du um jede Minute seiner Zeit anbetten musst. Denn der richtige Mann wird mehr als froh sein, dir seine Zeit zu schenken. Jede Stunde, jeden Tag, Monat, Jahr. Du verdienst einen Mann, der dich will. Der dich voll und ganz haben will. Du verdienst einen Mann, bei dem du nicht mit Händen und Füßen darum kämpfen musst, dass er dich bemerkt. Dem du nichts beweisen musst, geschweige denn deinen Wert. Denn ein wahrer Mann wird dich so akzeptieren, wie du bist, falls er dich mag. Für einen wahren Mann wirst du wertvoll sein, mit all deinen Macken und deiner Unvollkommenheit. Du sollst wissen, dass wenn ein Mann dich liebt, du ihm nicht hinterherlaufen musst. Er wird dich als perfekt betrachten. Genauso wie du bist und er wird mit dir zusammen sein wollen. Er wird dir einen Platz in seinem Leben geben und er wird dich nie daran zweifeln lassen, was ihr beide seid. Lass dich nie auf weniger als das ein und laufe nie einem Mann hinterher. Wenn du ihm hinterherlaufen musst, dann ist er nicht der Richtige. Lass ihn gehen, denn ein Besserer ist schon auf dem Weg zu dir. Ich habe dich nicht mehr als das ein und locket. Ich habe dir président Armour. Ich habe mich nach忙, sagte Armour. Vielen Dank.